Am Dienstagmorgen kam es in Hoyerswalder zu einem schweren Unfall. Aus bisher noch ungeklärter Ursache stießen an der Ampelkreuzung B97 zur Teschenstraße ein Ford Fiesta und ein Mitsubishi Outlander frontal zusammen. Dabei wurden nach ersten Angaben sechs Personen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe aus den Unfallfahrzeugen. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Rettung und Bergung voll gesperrt. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.